Seid ihr bereit, eure Herzen zu öffnen? Dann ruft jetzt, ja gerne und danke der Nachfrage. Ja gerne und danke der Nachfrage. Und seid ihr bereit, die Sonne reinzulassen und die Sau raus? Sonne rein und Sau raus, yeah. Wolltet ihr frohe Botschaft von der Schönheit des Lebens und der Liebe hinaustragen? Mit euren göttlichen Stimmen, ihr Schlagerhund? Seid ihr auch bereit, eure musikalische Szenen zu entblößen, aber eure Klamotten dabei anschauen? Dann singt und ruft jetzt, laut und deutlich, Hallelie und Halleluja. Hallelie und Halleluja. Nicht schlecht. Meine treuen Freunde, die hier mir bedingungslos alles nachquatscht, was ich hier oben vorquatsche. Kommt ihr euch nicht langsam ziemlich beäppelt vor? Oh yeah. Doch nicht mehr. Gut, gut. Na, dann fangen wir nochmal an. Was hört ihr nach dem Aufstehen? Schlagerhund. Was hört ihr auf dem Weg zur Ahnung? Schlagerhund. Und in der Pause? Schlagerhund. Und auf dem Weg nach Hause? Schlagerhund. Und wovon träumt ihr Nacht? Die ist ja ganz süß, das wollte ich ja sein gerne hören? Wenn ich will. Schlagerhund. Schlagerhund. Schatarhund. Schatarhund. Mais Some of u marik- andare. Muito intéressant. Schatarhund. Wo ist es? Wo? Nein, 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 nein Wir wollen Schrauben Wir wollen Schrauben Wir wollen Schrauben Wir wollen Schrauben